Wieder Bildschirm kaputt machen gar keinen Bock. Ne, ne, heute ist gechillt. Heute chillen wir. Es gibt keinen Grund, um heute auszurasten. Zieh durch, zieh durch, der ist heftig! Hä, Mann? Ich dachte, hier wurde geneigt! Oh mein Gott, das Game ist so verkopft! Oh mein Gott, ich geh'n kotzen, Alter! Mann, lass mal jedem so 4.000 Smokes und 5 Mollys geben! Und der eine Bitch noch einen Raketenwerfer! Oh mein Gott, das Game ist so scheiße! Das ist gut. Achso! Achso! Oh, Digga! Sorry, Mann! Ah, fuck, wir hätten zusammen gesonnen. Nein! Nein! Oh mein Gott! Boah, ich bin so pissed, Digga! Boah, ram mir mein Shure SM7B irgendwo Rektar rein! Fick meinen Arsch, Digga! Das ist doch Bullshit! Digga, wenn noch einmal dieser Spruch kommt mit nicht nur schießen, sondern auch mit euer Hirn abschießen, dann, wirklich, dann schieb ich meinen Pimmel in den Toaster. Das ist doch einfach Müll! Wer hat diese Voiceline angesprochen? Take away from the stage! WOOOOO! Digga, Noel, du hast so'n kleinen Schniedel, Alter! Noch 3... Waaaat? Waaaat? Der schützt nie noch rein! Aim Omega 0? Wollt ihr mich ficken? Der war safe drin! Nein! Oh mein Gott! Epic Fail! Oh mein Gott! 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 Das war dieselbe Stelle am Bildschirm! Huuu, das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Oh mein Gott! Ich sage noch mal... Das war knapp! Fertig ist eine beste Frage! Vielen Dank.